Da haben die nur Lust. Oh! Boah, hatte ich jetzt Glück. Da ist unter mir das Eis entstanden, wo ich da gerade her war. Oh, Cäsar! Nein, geh bloß nicht hoch. Ey, jetzt ist aber mal gut hier. Alter! Sonst geht es euch noch richtig hier, ne? Alles klar, soweit? Okay, die Spinne ist jetzt nett geworden, weil es hell ist. Wollte ja auch nicht rausfordern. Aber ich habe jetzt vier Knochen. Damit muss doch mal ein Hund gehen. Komm jetzt. Ich glaube, ich habe nur einen Hund. Der glotzt mich nur so blöd an. Ätzend. Nimm mal dieser Hundeblick. Yeah! Voll Angst hier so. Voll Paras schon vor Creepern. Aber das waren jetzt gerade auch heftig viele. Vielleicht noch nie. Da ist mir auch noch nie aufgefallen. Ein Berg, der mit Sand vermischt ist. Kann man eigentlich so einen Sandklotz hier mit runterholen? Wäre es möglich... Die Musik passt zum Strand. Leider nicht. Schade. Schade, schade. Ah ja, genau. Ich latsche mal da oben hin. Aus dem Grund, weil da ja mein ganz, ganz spätes Bauprojekt stattfindet. Ganz, ganz spätes. Na toll. Da habe ich mir genau die richtige Stelle hier aber in den Berg ausgesucht. Oh, da hinten. Da hinten hoch. Ma. Nützt alles nix. Die Schaufel muss ran. Na. Na. Ah ja, und die Abstimmung des Umbau des Hauses ging ja auch mehr in Richtung. Ja, ich glaube, das war, ich weiß nicht, als ich geguckt habe, 6 zu 10.000 für das Jahr. Mist, der falsche Berg. Ich wollte da hoch. Oh. Jetzt bin ich ja so voll hoch. Und kein Wasser in Sicht. Nee. Und irgendwo hinzuspringen, in der Hoffnung, dass ich in Wasser lande, wäre ein bisschen blöd. Gerade bei der Höhe. Könnte tödlich enden. Und hoch. Also da oben jetzt. Oh, da ist voll dunkel da. Ich gehe da mal eben hin, dann wird es hell. Oh. Hier war eine Katze. Was macht die Katze denn hier? Die habe ich doch da hingesetzt. Jetzt sind beide Katzen hier. Krass. Warte mal, fackeln? Nee. Oh, wieder voll. Ja. Ach so, die haben bestimmt gewusst, dass ich in Gefahr bin. Mit den ganzen Creepern. Die wollen mich beschützen. Sauber. Weil Creeper haben Angst vor Katzen. Das Einzige, was gut ist an den Viechern, glaube ich. Das Creeper vor den Flüchten. Aua. Aua. Boah. Bin ich fast runtergerutscht. Pilzhöhle. Was hier noch? Soweit nix. Kleine schwebende Insel. Genau. Hier drauf wollte ich noch was bauen. Und an sich könnte es sogar gut werden. Könnte. Ich weiß nur noch nicht, welche Stein ich dafür verwende. Irgendwelch Bock auf Cobblestone. Irgendwie würde ich doch gerne den Stil des Hauses da hinten weiter behalten. Boah. Aber ich wollte einfach nur mal gucken, wie es von da oben aussieht. Oder wie es da generell oben aussieht. Äh, nee. Da springen wir mal nicht runter. Aua. 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 Das hat mich voll gestört. Ja, genau. Und der auch. Überall nur so kleine Ausbesserungen. Hier mal ein Klotz, hier mal ein Klotz. Fürs Gesamtbild eben. Hi. Komm, ein Samen, der kann weg. Snack. Komm, Snack mal direkt wieder was. Und Snack. Oh, wenn man doch wartet, ne. Machen die mal so nix. Oh. Das hätte weh getan. Wo bin ich denn gelandet? Okay, nicht in der Lava. Die ist hier. Aber ich könnte direkt mal meine Wolle loswerden, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Draußen geblieben. Immerhin 45 Stück. Wobei ich ja hier wieder eh was wegmachen muss, wenn die Einrichtung da draufkommt. Das muss ja nicht sein. Ma. Scheiß Katzen. Ich will keine weiße Wolle. Boah, da brauche ich aber noch endviel. Ich könnte sogar das Silo wieder anschmeißen. Da habe ich ja jetzt keinen Bock drauf. Oh, diese Tintenfische. Die können sie nicht wehren. Das ist total geil. Aber so viel EP ist halt auch nicht, ne. Wenn man die jetzt mal so haut. Oh. Ich glaube, das ist noch nimmst einer. Das ist, glaube ich, so ein halbes Ding. Hallo? Und die spawnen irgendwie sofort. Man muss sich nur einmal umdrehen, dann sind die wieder da. Jetzt kommt mal mit, ihr Katzen, ey. Ah, die sind ja gleich da. Komm mal mit. Komm mal in den Hof rein, wo ich immer noch nichts gebaut habe. Verdammt. Ah, da ist die andere. Sitz. Oh. Warte mal, da hinten können auch noch Fackeln dran, oder? Nee, nee, nee. So nicht. Aber ich könnte jetzt fast wieder oben weitermachen. Nur ich mache jetzt mal ein bisschen leer, weil so viel Müll mit mir rumschleppen habe ich keine Lust drauf. Also, Wolle. Braune Wolle war hier. Ja, rote Wolle brauche ich auch noch en masse. Ja, das hätte ich gerade gebraucht. Hätte ich jetzt alle Hunde, die da rumgelaufen wären. Dazu gut ist, will ich mal bezweifeln. Aber dann hätte ich zumindest mal alle. Und hier habe ich nur noch das Gammelfleisch. Tintenfisch, Zeug. Nee, Futterbox nicht. Da ist es. Ach komm, den Rest kann ich eigentlich mit mir rumschleppen. Das ist ja egal. Ich nehme noch ein paar. Obwohl, der Gravel. Und das kann auch weg. Und der eine Baumsame. Wo war es da? Krass, 15 Stück. Okay, Steine habe ich. Holz habe ich. Holztreppen. Türen, genau. Zwei Türen brauche ich ja noch. Da sind auch Holztreppen. Zäune. Leitern brauche ich nicht. Hi. Ne, schade. Ich dachte, da greift jetzt irgendwie ein Skelett oder eine Spinne an. Aber ich habe jetzt keine Lust, die Platz zu kloppen. Weil ich da wieder aussortieren muss. Da habe ich keine Lust drauf. Aber Futterbox, wo ist er? Futterbox. Und Türen, genau. Türen. Zwei Türen. Mindestens zwei Türen. Hört das Erde drin? Bleibt er da drin? Verstehe ich nicht. Wie kam das denn da rein? Voller Bug. Voller Bug. Okay, zwei Türen. Eins, zwei. Klatsch. Boah, das gibt Decke. Decke, dann geht eine Holztreppe nach oben. Aber Treppe reicht nicht. Schon besser. So, jetzt kann ich los. Jetzt geht es los. Mit Level 16 weiter da hinten. Genau, hier hat das angefangen. Ich zeige das mal eben mit den... Mit der Farbe, Grafikeinstellungen. Ich muss nur mal gucken, wo das war. Quality... Äh, ich glaube hier war das irgendwo. Ah, hier, Custom Colors. Braucht ein bisschen zum Laden. So. Aber sieht man ja, hier ist das, äh... Der Stein so mehr grau. Und wenn ich in die Richtung laufe, da sieht man hier schon... Wird so mehr rötlich. Genau wie hier. Da ist so eine andere Farbe als hier. Wie gesagt, ist zwar auf einer Seite toll für die Atmosphäre, aber... Ich finde, das sieht hier irgendwie so ein bisschen blöd aus. Deswegen kommt das weg. Und weg. Alles eine Farbe, so muss das sein. Okay, jetzt gehe ich hier hoch. Es war noch nicht in den Dschungel. 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 Das neue Dschungel. Dschungel. Okay. Jetzt kommen hier... Oh nein. Verdammt. Mist, mein Helm ist weg. Oh mein Gott. So, solange ich hier eine Baustelle habe... Ach, Mist. Klappt ja mal gar nichts. Hat jetzt keinen Bock, wegen allen so ein Ding ins Lager zu laufen. So. Habt ihr davon. Gut, jetzt kommen die Steine weg. Ah, da sind sogar mehr davon. Okay. Sogar zwei, die ich gebraucht hätte. So, das kann bleiben. Dann geht es hier weiter. Die Fackel kommt dann auch weg. Aber hier kommt noch eine Wand hin. Okay, so weit, so gut. So, wirkt der Eingang zwar jetzt ein bisschen kleiner als zuvor, aber es muss sein. Es muss einfach sein. Und hier oben drauf müsste es irgendwie eine Tür hin. Ich bin gerade überlegen, wie ich das am besten mache. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen ruhiger. Aber da sieht es so aus. Ja, eigentlich kann man das auch so machen. Moment. 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 Genau, dann kann man hier genau oben drauf die Tür machen. Dann kommt man hier so rein, aber... Irgendwie ist das nur doof. Müsste ein nach hinten. Kann man hier machen, aber die Tür nur ein nach hinten. Die Türe ein nach hinten. Demnach brauche ich noch ein paar Steine, die ich hier reinklatsche. Den Bogen. Den Bogen brauche ich jetzt mal gar nicht. Na, sieht doch mit der Decke wieder kacke aus. Verdammt. Verkackt. Okay, Plan B.